Welche Vorteile bietet ein Bankkonto in den USA? Neben der Einlagensicherung von einer Viertelmillion US-Dollar pro Bankkonto, einem erstklassigen App, Online-Banking und wertigen Debitkarten, bietet Ihnen ein US-Bankkonto weltweites Prestige und internationale Anerkennung. Und insbesondere dieser, letztgenannte Punkt, ist nicht nur enorm wichtig, wenn Sie Gelder auf Ihrem US-Bankkonto längerfristig parken möchten. Stellen Sie sich vor, Ihr international tätiges Unternehmen führt sein Geschäftskonto beispielsweise in Liberia oder auch bei einer Bank auf einer der vielen gebranntmarkten Offshore-Inseln. Europäische Kunden würde dies sicherlich irritieren. Ganz anders sieht es hingegen aus, wenn Sie gegenüber Dritten mit einem US-Bankkonto bei einer der größten Banken in den Vereinigten Staaten auftreten. Eine solche Bankverbindung spiegelt unmittelbar Ihren persönlichen und den guten Status Ihres Unternehmens wider. Was muss ich tun, um ein US-Geschäftskonto zu eröffnen? Option 1 – Unser Premium-Service mit Selbstanreise in den USA Im ersten Schritt gründen wir für Sie eine entsprechend geeignete Gesellschaft im US-Bundesstaat Florida, deren Inhaber sowohl Sie als auch eine Gesellschaft oder Foundation werden kann. Das Management der Gesellschaft obliegt selbstverständlich Ihnen. Im nächsten, dem zweiten Schritt, beantragen wir für Sie die sogenannte EIN-Nummer, also eine US-Steueridentifikationsnummer. Denn diese ist für die Eröffnung Ihres gewünschten Bankkontos in den USA ebenso erforderlich wie den Nachweis eines bestehenden Büromietvertrages und einer Nebenkostenabrechnung aus den USA, welche wir ebenfalls für Sie zusätzlich zu einer US-Mobilfunknummer natürlich gern arrangieren. Nun, im dritten und letzten Schritt fliegen Sie persönlich nach Florida, wofür Sie vorab bereits ein persönlicher Termin mit einem kompetenten Bankmitarbeiter durch uns vereinbart wurde und an welchem Sie gegen Zahlung einer Eröffnungseinlage von nur 100 US-Dollar bereits Ihre Kontonummer, ein Checkbuch und die PIN für die von Ihnen gewählte Debitkarte erhalten. Vielleicht genießen Sie im Anschluss an Ihre erfolgreiche Kontoeröffnung noch ein paar Tage das hervorragende Klima Floridas, bevor es dann wieder für Sie zurück nach Europa geht und Sie Ihre neue Kredit- oder auch Debitkarte bereits im Briefkasten finden. Option 2 Unser VIP-Service ohne persönliche Anreise Unser VIP-Service bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten unseres Premium-Service, wobei Sie nicht persönlich in die USA fliegen müssen, sondern die Kontoeröffnung ganz bequem von jedem Ort der Welt vornehmen können. Eröffnen Sie mit uns Ihr US-Bankkonto, bequem ohne Reise und zusätzliche Reisekosten. Und auch dies sollten Sie wissen, denn es unterscheidet unser Angebot vom Markt. Auf Ihr US-Bankkonto haben ausschließlich Sie Zugriff, von der ersten Sekunde an. Der gesamte Prozess der Kontoeröffnung wird garantiert ohne Bevollmächtigte oder Agenten abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017